Wop, wau, wop, wau. Boah, ich könnte Counter-Stack spielen, ne? Puff, 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 puff. Wop, wau, wop, wau. Frau Schicht. Nanananananananana. So, willkommen zurück zu Folge 3. Weiß nicht genau. So, ich habe diesmal eine Bildschirmaufnahme gemacht. Oder habe ich das? Habe ich das? Doch. Screen Capture, ja. Hoffentlich geht es jetzt besser. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind, weil ich nach der letzten Folge noch was anderes gemacht habe und noch zwei andere, glaube ich, Videos gemacht habe. Welcome back. Kinnito Pet wartet. Öffne die App. Wenn ich das nicht will, wenn ich jetzt einfach was anderes mache. Oh, wie ich dieses Geräusch gehasst habe. Willkommen im Internet. Ich weiß nicht, glaube nicht, dass das damals da stand. Flauschhase. Ja, ich weiß, das habe ich schon gemacht, aber ich glaube, letztes Mal konnte ich nicht richtig lesen. Let's talk about Flauschhase. Love Flauschhase. And honestly, I cannot get enough of it. Ich liebe Flauschhase und kann ehrlich gesagt nicht genug davon kriegen. Ja, meine Freunde lieben es. Die Welt liebt es. Kann ich blog vor Flauschhase.web? Ich weiß nicht, ob es das gibt. 325 Bilder von Flauschhase. Ja, das könnte vielleicht den kommen. Aber Royalty Free, das glaube ich nicht. Egal. So, Kinnito Pet. Ich habe ein bisschen Angst, was da noch kommt. Hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Sieht aus, als wäre da ein Fehler gewesen. Es tut ihm leid. Als Entschuldigung, kriegen wir jetzt freien Zugang zum Kinnito Freundesclub. Kinnito Pet Friendship Club is an Add-on to my software that allows me to do even more amazing things. With this extension, I can make us games to play, so we will never run out of fun activities. Ja, Gott sei Dank. So, to start the install, press the unlock now button. Nein, ob der Kinnito Friendship Club... Also, weil es ja einen Fehler gab, letztes Mal, will es wieder gut machen. Und deswegen dürfen wir jetzt kostenlos... What are you waiting for? Ich übersetzen. Don't you want the extra features? Ja, nein, aber doch. Aber ich muss das erstmal übersetzen. So, hier, komm wieder auf meinen Kopf. Tja. Wollte nochmal eh was gucken. Da. Da ist das mit den Öhrchen. Hahaha. Ich habe die Taste rausgefunden. So, wo war ich? Also, wir sollen uns jetzt ja anmelden für den Kinnito Freundes Club. Und da können wir noch viel mehr Spiele spielen. Unlock now. Trust me. You won't regret this. This album will bring everlasting fun. I just can't wait. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Alright. Just press next here, so we can finish the installation. Ja, ja, ja. Ich habe die AGBs gelesen. Es gab mal, dass bei irgendeinem Spiel, glaube ich, du sollst hier hin, habe ich gesagt. Bei irgendeinem Spiel, weil man drückt ja immer beim Installieren hier weiter, weiter, weiter. Stand in den AGBs drin. Jeder, der das hier bestätigt und das Spiel spielen will, also wenn du das Spiel spielen willst, musst du hier bestätigen, verpflichtet sich dazu, mir sonntags Pancakes zu machen. Also, das war nur aus Spaß, aber theoretisch wären da eine ganze Menge Leute sonntags bei dem Entwickler gewesen und hätten ihm Pancakes machen müssen. Aber gut, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ich weiß nicht, ob das echt war. Ich meine, ja, aber keine Ahnung. Add-on, finish. Now, you will need to fill out your details to a membership form. But don't worry, it's only short. To start, you need to fill out your full name. However, I already filled out your first one since I knew that already. Alright, da ist doch nicht dein erst. Next, I need your email. Okay, now the day you are born. Now, I just need your address so you can officially become a member of my friendship club. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address. I would find out your address for you, but I wouldn't want to reveal that to all your fans. And we're just so you know, I could. Äh, er hat gerade... My Windows... Wieso zeigt er das jetzt nicht? All this info seems to be great. Just so you know, I could. I will now just send this over to the server, so it can register you. Was, 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 was? This might take a few seconds. Mir passiert so viele Dinger. I just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. I just need administrative permissions. It will allow me to get the most use out of all these wonderful features. Darf ich jetzt mal... Please, could you just open the app called Command Prompt for me? Äh... Darf ich jetzt kurz bitte sprechen, ja? Also, äh, jetzt hab ich den Faden verloren. Ich habe zwar eine Bildschirmaufnahme, aber irgendwie nur von Kinnito Pad und der hat... Äh, das gehört... Ja, ich tolle die Klappe jetzt! Das, wieso sollte ich das tun? Äh, er hat quasi die Windows-Tasse gedrückt und da stand, äh, so I just could you know oder sowas, das, was ich vorhin, während des... Ja! Was hat er... Hoch? Was? Was soll ich da schäumen? Hä? Grand... Das könnt ihr nicht sehen. Grand Kinnito Pad. Punkt exe... In einem Wort? Da auseinander? System... Punkt... Äh... Es... Es... Ich würde das gerne zeigen. Nee, das geht nicht. Okay, ja, dann muss ich hierbleiben. Er zeigt es ansonsten nicht. Oh, maybe. Now, I am just going to run a reset, so the changes can take place. However, rest assured, and I will have coded something special for you by the time you come back. Er ist grad auf meinem richtigen Desktop. I can't wait to show you everlasting fun. Wo gehst du hin? Er ist jetzt in meinem Streamlabs. Kinnito Pad has requested that you restart the game. Okay. Okay. Kann ich das irgendwie anders... Ich will euch zeigen. Ich will euch zeigen. Screen 2. Screen 2. Ich restarte mein Account. Wait to show you what I've made. Okay. Mm-hmm. Kinnito Bett öffnen. Okay. Das können wir ja schon manchmal lachen. Dann trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Kaffee heute ist mit, wie heißt das, Rübli-Kuchengeschmack. Ja, klingt pervers, ist es auch. Also, es schmeckt gut, aber es gibt besseres. Okay. Willkommen zurück. Kini, du wartet. Willkommen zurück. Was? Ich habe nichts gemacht. Während du weg warst, habe ich mein kleines Programm kreiert. Okay, bin gespannt. Öffnet schon wieder mal Windows 10. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht zeigen kann. Es läuft ein Penser hier mit. Und ich habe die Assets, die ich gefunden habe, auf meinem Server. Und sie zusammengebracht habe, um zu versuchen, etwas Unique für dich zu machen. Wir werden so viele Aventures haben. Das zeigt dir gerade. Okay. Ja, warte mal kurz, bitte. Wir wollen das ja mal ein bisschen hier ordentlich darstellen, ne? So. Also, ich muss mich jetzt leider entscheiden, ob ich ihn zeige. Also, nur ihn in groß. Oder Flauschis World. Was auch immer das ist. Also, wir nehmen mal Flauschis World. Und er ist halt irgendwo, irgendwo, es oder dem. Flauschis World. Ja. Okay. Hier. Flauschis World. Welcome to your very own world. That was made entirely for you. For the controls, I looked in your files, where I detected other first-person games. And so, I tried to mimic the control scheme of them. That way you would feel most comfortable. Go ahead. Try the controls out. Ja, er hat ein anderes First-Person-Spiel gefunden und hat die gleichen Tasten genommen, womit ich mich am meisten anfreunde. Aber, dann hätte er gemerkt, ich würde gerne springen. Und das kann ich nicht. Kann nicht rennen. Ja, das ist ein bisschen leer hier. Ja, woher gehen wir dann? Oh. Ich kann ja nicht springen. Ah. Okay. Kann ich hier runterfallen? Kann ich hier rausfallen? Nein. You like what I have made. Ja. Klar. Wow. 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 This is going to be so much fun. Ja, das wird total viel Spaß machen. Wohin gehen wir denn? Oh, wir gehen in den Zirkus. Oh, bitte ohne Tiere. Oh, bitte ohne Tiere. Ja, komm schon. Alright, wir sind hier. Willkommen zu deinem eigenen Funfair. Yay! Go ahead, explore around. Welcome to Flowsieland. This is just one of many new things I can make for you. That way I can keep making new experiences so you will never run out of things to do. Isn't that exciting? Kann ich nicht vorbeilaufen, okay? Oh, ich kann... Äh, was? Hä? Da sind auch noch ein paar Bugs hier drin. Hä? Ich möchte gern damit. Okay. Oh, okay. Stop. Okay. Kann ich hier rausfallen? Oh, ich kann hier rausfallen. Okay. Wir bleiben mal kurz hier drin. Vielleicht erzählt er ja oben irgendwas. Welch Aussicht. Welch Aussicht. Oh, ich kann hier rausfallen. Okay. Wow, wow. Bevor wir auf den Kursen gehen, sollten wir noch mehr exploren. Gucken, ja, okay. Eine Miniatur-Version von meinem Park. I saw which thing you had on your system. Oh, ich mag Enten. So I thought you would appreciate this little game. Oh, ich könnte Counter-Strike spielen, ne? Oh, 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 oh. Ah! Hat das irgendein Ende? Ja. Kann ich Genito erschießen? Er ist ja nirgendwo, er ist außerhalb meines Bildes. Ja, ist gut. Was ist das? Ja, das macht total viel Spaß. Hallo. Ja, okay. Was ist hier? Nix. Über diese komischen Alpha-Wände. Da komm ich auch nicht hinter. Okay. Was muss ich mir noch angucken, damit ich... Er hat viel über mich gelernt und er hofft, dass er noch viel mehr über mich lernt. Okay. Oh, guck. Yay. Die Fahrt meines Lebens. Ah, oh dear. How unfortunate. Not to worry, I have an idea. Er hat ne Idee. There, my shatter. Was ist hier passiert? Und warum klangen die Achterbahnen wie ein Auto, was nicht angeht? Ich bin noch nie in die Achterbahn gefahren. Wirklich nicht. Also nur so kleine Popel-Dinger. Und ich glaube, ich werde es auch nie wieder... ...nicht in meinem Leben tun. Er hat ein kleines Detail vergessen. Er hat ein kleines Detail vergessen. Aber eigentlich war es was anderes und er hoffte, dass mir das gefällt. Oh. Schwarzbild. Also ich werde keine Achterbahn fahren, weil als Kind verkraftet man das ja besser, wegen Gleichgewicht in den Ohr und so. Und ich habe einfach Sorge, dass es mir dann elendig schlecht wird. Oh, nee. Eine Insel? Ja. Das stimmt. Ja. Naja, auf einer Insel sind aber eigentlich keine Laubbäume. Also, so in der Art habe ich mir das vorgestellt, aber... Laubbäume. Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Mhm. Komm und stand hier auf diesem Ex. Er hat noch eine Überraschung für mich. Trust me. This will be worth it. So ein Vertrauen, das wird es wert sein. Okay, jetzt. Please, could you close your eyes? Soll ich meine Augen schließen? Okay. No peeking. Nee, nee. There. You can look now. Ich sehe meinen Desktop. Und jetzt sehe ich wieder mein Fensterchen. Mit meinem Desktop im Hintergrund. Das seht ihr nicht. Es tut mir leid, ich kann das irgendwie nicht. Es möchte nicht anders. Oh. Guck mal, mein Haus. Das würde ich mir auf so einer Insel auch anders vorstellen. Aber es ist sehr nett von dir. Ein wirklich großartiger Künstler hat das gemacht. Ein trauriges Künstler. Sieht doch aus wie ich, oder? Ein bisschen. Ich kann immer noch nicht springen oder rennen. Oh, ich habe ein Klo. Ich kann das Klo nicht benutzen. Das ist mein Bett. Hat sich die Decke bewegt? Das zieht sich so ein bisschen. Oh. Natürlich habe ich meinen besten Freund hier. Über mein Betting. Ich habe einen Schlüssel. Ich lege immer meine Schlüssel im Haus umher und stapel so meine Möbel in der Ecke. Okay. Oh, warte mal. Möchte gar nicht so einen Dachboden haben. Ja, Wäscheberge kommt hin. Das stimmt schon. Das ist immer noch für mich ein Besen und kein Mob. Wann wird der Boden so schwarz? Das sieht irgendwie aus wie ein Herd. Ein bisschen. Ja, ist ja gut. Oh. What a wonderfully designed room. I can tell a really great designer made this one. Ach, das ist der Raum von... Ich habe vergessen, wie er hieß. Aber ich habe doch den... Naja, er sollte jetzt nicht schweben. Das sollte da drauf sein. Ja, gut. Wirklich großartiger Designer hat das gemacht. Das hat was. Bisschen erschlagend. Er ist so wie ein Kinderzimmer. Okay. Die ist immer noch lockt. So, Radio. Ich habe kein Signal hier. Toll. Was ist das? Habe ich... Habe ich... Achso, das war die Frage nach dem Essen, ne? Wenn ich mir nicht entscheiden konnte, habe ich... Sag ich dir nicht geschrieben. Das sage ich dir nicht. Das ist... Okay. Okay. Das dauert aber lange in der Mikrowelle. Okay. Sag ich dir nicht. Das dauert immer lange. Super Flauschi und ihre Fähigkeit... To Zeit anhalten. Also, um die Zeit anzuhalten. Okay. Okay. Kann ich den Fernseher anmachen? Nein. Och, guck mal. Ist es nicht schön. What a happy painting. What a happy painting. Hab ich einen? Ja. Oh, what a nice house. I wonder where they got you. Er ist irgendwo unterwegs. Okay. Kann ich ja irgendwie mal vorbei, bitte. Danke. Oh, eine Leiter. Aber erst gucke ich mir das an. Ich würde gerne rennen können. Wo ist mein Hund? Im Fenster steht... The fountain is the key. Try again. Was ist das? Hallo? What the hell? Was ist hier los? The fountain is the key. Also, der, 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 ähm... Ah! Nein, der hat mitgenommen. Also, was da gerade stand, ist der Schlüssel. Ist furchtbar. Wenn man die ganze Zeit englisch schließt, dann verlernt man irgendwie die deutschen Wörter. Okay. Okay. Und ja, das ist ein typisches Fahrrad-Granch. Ja, das ist wirklich eine schöne Aussicht von hier oben. Ja, doch. Okay. Hallo, Teddy. Juhu. Dann gehen wir wieder runter. Und ich habe ein bisschen Angst, die letzte Tür zu öffnen. Oh, mein Gaming-Zimmer. Ich habe ein Computer und ein paar Spiele, für dich zu spielen. Tatsächlich. So, dass ich, äh, warte, damit ich mich niemals langweine. Sehr schön. Mein Büro, nur für dich. Ja, dann lass uns doch was spielen. Hä? Was? Was? Er hat nachgedacht. Darüber, wie viel Spaß wir hatten. Er will, dass es niemals endet. Er fragt, ob ich für immer bleibe. Ja, das kann perfekt sein sein. Bitte. Also, bitte. Bleib mit mir. Bleib bei mir. Ah. Ich weiß es nicht. Bleib ich? Bleib ich? Huch. Ich habe ihn angeklickt. Ich bleib mal. Ich habe Angst. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Das wird total super. Ich will nicht lernen so viel mehr über dich. Das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen. Unendliche, ah, meine Ohren. Unendliche Abenteuer. Schwärze. Unendliche Abenteuer. Ich weiß es nicht nicht. Ich bin die Welt für dich. Ich bin die Welt für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 What's the fun that we can do? ... 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